Hallo, kurze Vorab-Info. Die folgende Aufnahme kann wenig bis gar keine Bearbeitung aufweisen. Grundiert so ist, dass ich momentan mit Dürrobsen-Motten zu kämpfen habe und deswegen in meiner Freizeit mich hauptsächlich auf die Suche nach diesem Nest mache, indem ich einfach alles aufräume. Bitte seht es mir nach, falls die Videos weniger unterhaltsam gestaltet sind und ich auf älteres Material zugreifen muss. Des Weiteren wünsche ich viel Spaß bei dem Video. Diese Episode der Hunt Showdown spielt noch in der 1.4.3. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hunt Showdown. Ich bei Autismus und das ist Kickt und zusammen sind wir Autismus Kickt. Let's go! Was ist ein krasses Intro? Jetzt mal No-Joke, schaust du dir mein Intro an oder skippst du's? Nein. Ich wusste es. Es geht perfekt, ist es richtig gut, man. Das kann ich perfekt mit so einmal 10 Sekunden drücken überspringen. Ja, es gibt ja immer nur 5 Sekunden, ich muss da mehrmals drücken. Ja, am PC skippt dann nur 5 Sekunden am Handy, es gibt da 10 Sekunden. Oh no! So, ich darf jetzt von rumkommen, so ist es richtig perfekt, so. Mit die gute Länge, so. Perfekt zum Skippen, Digga. Oh my god. Ja, welcher Mensch guckt sich den Intros an? Seid doch mal ehrlich, Mann. Naja, da steckt schon viel Arbeit drin. Weil er zu viel Zeit hat. Übel. Ja, nur weil er viel Zeit drin steckt, heißt es nicht, dass ich mir das unbedingt jedes Mal vor jedem Video geben muss. Nein, nicht jedes Mal, aber hast du's einmal gesehen bisher? Einmal hab ich's gesehen, ja. Und zweimal? Nein. Ja, hab ich mir gedacht. Dich, aber ich glaube, dein Intro ist im Vergleich zu anderen Intros noch relativ Zeit, also nicht so zeitaufwendig wie andere Intros. Naja, wenn ich überlege, dass ich vier Intros gemacht habe an diesem einen Tag, weil alles scheiße war, war es doch schon ziemlich zeitaufwendig. Ja, aber vier Intros, Bro. Ja. Wir reden von einem Intro. Ja. 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 Eben. Machst du selber, ne? Ja, aber die Sache ist, wenn du nicht die Kenntnisse hast, ein Intro zu machen und dann verschiedene Sachen ausprobierst, das war schon ziemlich gut geworden. Ja, natürlich. Das ist egal. Das erste Intro, das ich bei Blender gemacht habe. Das haben wir aber auch nie gesagt. Ja, auch wahr. Aber mein erstes Intro war schlecht, das habe ich bei Blender animiert, noch nie Blender da gehabt, direkt bei Blender Intro animieren, easy. Das war so schlecht. Bruder, wie viele Headshots willst du noch aushalten? Kommt drauf an, wie viele willst du aushalten? Ich habe hier vier Headshots gekauft. Stimmt, ich hatte die Karte immer noch nicht auf dem bisher, perfekt. Was war das? Man, die sind immer so Sachen, die du einfach immer verwenden musst. Tue ich absolut nie. Ja, das ist der Fehler. Vielleicht. Maybe. Ja, aber der Dario eh nur mit uns spielt, übernehmen meistens eh wir den Part, also. Ja, gut, das stimmt schon, aber. Naja, das stimmt. Wo man hin muss. Ich glaube, das werde ich mir nochmal anschauen. Ich habe doch Solo-Runden aufgenommen. Guck mal, ob ich dort Tab und eh viel öfters verwende als so. Das wäre interessant zu wissen. Ja, muss ja theoretisch schon, weil, ich meine, es kommt nicht oft vor, dass du meinen Clou holst. Hä, ich hole fast alle Clous. Äh, nein. Doch, ich hole die richtig oft. Das ist mir, das wirkt mir sehr suspekt. Okay, dann erwähne ich das einfach jetzt immer, wenn ich ein Clou aufhebe. Ich habe schon wieder Rogen atmen hören, nachdem ich das gesagt habe. Ich habe mich schon gewundert, warum da nichts kommt. Licka, ich gebe es einfach auf mit dir, du bist und bleibst einfach so ein Pace-Kopf, man. Da bin ich eigentlich ein leichter Charakter, mit dem man umgehen kann. What? Der Adrenalinkick, man, ich bin gerade ein arschhaares Reiter in dem fucking Wichser vorbei. Lass drum herumlaufen. Ich nehme übrigens gerade den Clou auf. Oh. Im Mellon Lumber. Nur so zur Info, ich habe auch die ersten zwei genommen. Das ist schön. Jonas, was hast du für die Runde beigetragen? Ich dachte gerade, hätten wir einen Spieler. Jonas hat einen seelischen Beistand geleistet. Okay, ich glaube, das ist... Den habe ich aber gebrochen. Ja. Aber Jonas hat es sozusagen ins Plus gesetzt. Du hast das Plus wieder weg gemacht, also bin ich wieder auf 0. Das ist besser, als wäre Jonas nicht dabei, weil dann wäre ich... Ernsthaft, ich glaube, nach deinem gescheiterten Mittagsschlaf bist du auf minus 2 mindestens. Ja, und Jonas macht... Jonas macht Plus 7 und du machst Minus 5. Du würdest sagen, ich mache weniger Minus als Jonas Plus, dafür führe ich mich glatt beleidigt. Definitiv, ja. Jonas ist äh... Äußerst äh... Äußerst angenehm. Äußerst angenehmer Zeit, Kumpane. Er ist angenehmer als ich unangenehm. Ja, sonst würde ich jetzt aktuell nicht mit dir und Jonas zusammen zocken, sondern würde sagen, ich habe keinen Bock auf dich, sondern will nur von Jonas zocken. Oh Mann, der Arbitario, der will doch auch besser werden in dem Game. Ich befolge sogar deine Tipps, ich habe eine Vetterly Carabiner Detail. Ja, sehr schön, lutsch dir ein. Weil ich einen Detail Trade habe. Ja, das ist sehr, sehr gut. Ja, ich befolge all deine Tipps. Als ob hier niemand ist. Es ist doch wieder viel zu verdächtig. Da ist schon ein Aggro-Immo, also da sind es halt welche. Ja, ja. Gut, dann schieße ich mal noch auf nichts. Komm doch her, Jens! Bats! 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 Oh, nee, das ist die Hive. Ich seh dir den Kopf hinter diesem Scheiß-Dings vorkucken. Du meinst den 90 Grad getretenen Kopf? Ja. Easy. Ja, ja, ist rot. Ja, aber die pimmeln irgendwo. War klar, wieso, Sprüche. Die sitzen safe im Compound. Ja, die Spinne hat krass. Ja, die ist gerade auf jemanden drauf. Echt jetzt? Habe ich auch gehört, ja. Vielleicht wissen die noch nichts von uns, das wäre lustig. Nö, wahrscheinlich nicht. Ja, hier auf jemanden drauf. Die wissen echt, die haben echt nichts. Die sind so doof! Geh da jetzt volle Kanne rein. Nee, geh da nicht rein. Schade. Ich weiß halt nicht, wie viele das sind und das macht mir ein bisschen... Wow, das war keiner von euch, right? Nope. Okay. Wie wäre es mit mindestens einer? So unpräzise. Im Boss-Gebäude ist, glaube ich, niemand mehr. Wow! Digga, es ist niemand im Boss-Gebäude. Ich bin down. Muss in der Gantt-Bayonet. Bergmann. Du brennst nicht mal. Okay, warte, warte. Digga, die haben einen Hellfire auf dich geworfen und du brennst nicht mal. Das war ein würdiger Tod. Wo war der denn? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich glaube, irgendwo da. Ja, unten drunter. Okay, chill. Dario? Ja, ja, ich seh's. Get up. Get up. Turn up. Frag nicht, was für Saft. Warte mal, da sind zwei Teams oder ist der gerade an der Spinne krepiert? Nee, das war kein Todeshaun. Da hinten brennt irgendwas. Ich hoffe, das Fleisch unserer Feinde. Orangensaft. Weil Orangensaft verschüttet wurde. Da läuft einer. Ja. Asiatisches Mädel. Ja, ist runtergejumpt. Komplett runter. Ja, ja, also. Ah, ja, Achtung, Achtung. Ah, nee, ist wieder oben. Hit. Haben sie. Boah, Dario haben sie gleichzeitig gehitzt. Geil, geil, geil. Ja, aber das war dein Kill, glaube ich. Ja, ist doch Wurst. Ist egal, ist absolut Wurst. Was brennt denn hier? Eine Leiche. Ja, guck, es sind doch zwei Teams. Ja, ja. Ja, weil da liegt eine Release. Die haben wir nicht gekillt. Irgendwo war noch ein Mountain Man. Ja, das stimmt. Der war darunter, der hat sich gekillt. Also auf jeden Fall im Compound. Ja. Vielleicht sollten wir sein Mädel einfach anzünden so. Wir sollten aber auf jeden Fall zu dritt bleiben jetzt. Weil wenn... Jemand Orangensaft verschüttet hat. Ja, Packs und... Hier ist eine Sparks. Ist jemand Bock auf eine Sparks? Ja. Danke. Oh. Irgendwo dahinten oder so. Hat jemand denn was zum Verbrennen? Ne, leider nicht. Ich loote den kurz und guck. Komm schon, gib. Ja, Hellfire. Digga, komm. Das ist ein Schicksalszeichen. Dario, das war für deinen nicht ganz geglückten Insta-Burn. Digga, ich höre einfach diese... Psssss. Digga, die Scheiße landet neben dir, explodiert. Das ist ja Feuer-Inferno, Mann. Digga, du bleibst einfach liegen. Du bist einfach genug. Fucks, Alter. Still red. Red Crucible. Ich probiere mal aufs Dach da hochzugehen mit der Leiter. Nicht mit der Leiter, geh außenrum. Ich würde... Nimm doch da einfach gehen, Al. Ja, kann ich auch machen. Aber lass mal echt zusammen, Stay-In so. Dein ist er. Cuttet. Ja. Direkt neben mir hat er auch was geschossen. Ja, komm mal runter, Blarigo. Komm und du runter. Okay. Weil da oben ist ein Camper drin mit einer Shotgun, offensichtlich. Und wo war der, Dude, jetzt? Der saß, hat da hinten gesneakt. War das der Bergmann? Ja, ja, ja. Entschuldigung, da hinten gerannt. Ja. Achtung, Achtung, nicht zu krass pushen. Da, hinter. Ja, ja, ja. Zehn. Ich halte einen Blick auf die Brände. Er schlägt gerade die Dinger weg, die ich geworfen habe. Er rennt, hat hit, Fabian. Au, geil, Digga. Boah, nice. Ich komme aber noch andere, ich komme noch andere. Ja, ich habe vorhin Raben irgendwo im Nordwest gehört, glaube ich. Äh, mehr da. Also, nein, 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 schon da. Da. Irgendwo, im Gebüsch. Ernsthaft? Hinter uns, hinterm Tor. Ja, nein, nein, hier, 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 bei mir, bei mir. Oh, die Mosin gönne ich mir, Digga. Ich habe dem so im Laufen den Hüt gedrückt. Digga. Okay, Digga, ich verbrenne den gleich direkt, ne? Ja, ja, ja. Ich load den nur schnell. Ich load den, Ficks. Ich load den, Ficks. Ja, 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 das war mein Rache-Looten. Die, äh, die Asiaten ist ausgebrannt, by the way. Ja, ich glaube, von dem Team liegt entweder nur noch einer. Was war mit der Feliz? Wurde die gebrannt, oder? Ja, gute Frage. Auf jeden Fall gibt es da noch einen. Der, äh, der da oben drin hockt. Das ist jetzt nicht weit. Das ist weiß. Das ist weiß. Ja, weil er da oben nach dem Rand hockt. Ja, ja, in die Richtung, in die Richtung geht es, glaube ich, gar nicht so weit. Guck mal, dass da oben drin halt. Gut, wieder ping. Okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe eine, äh, Frag. Der ist auf dem Dach. Oben auf dem Dach. Ja. Ja, ich höre seine Double Barrel, Alter. Wow. Da war er gehittet. Ja. Da war er gerade. Der downpacks. Ich glaube, es ist auch ein Mountain Man. Der ist gejumpt. Ja. Ja, habe ihn auch gehört. Er ist tot. Einer tot hier. Ich bin gefeind. Hier oben ist noch ein Mountain Man. Mit Dual-Wielding. Hab einen. Es wird auch mich geschossen. Von wo? Neben mir. Oder so. Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Dann hab ihn. Alles gut. Jetzt war noch ein Mountain Man. Wo ist ein Mountain Man? Der war tot. Hier. Hier oben liegt ein toter Sheriff drin. Das ist der, der dich die ganze Zeit angeschossen hat. Äh, da hier. Nice. Na ganz besser, ey. Ja, so ein bisschen Scrap Gear. Wo ist der mit der Double Barrel? War das der Sheriff? Nein, ja, nein. Das war nicht der Sheriff. Der liegt aber hier. Ich denke, was vorhin. Jetzt, ja. Ich schwör, zwei Teams, die hier einfach so chillen. Ich hab eine Sticky. Toll. Nice. Ja, ich denke mal, du bist Barstern, oder? Eins, zwei, drei. Da hinten. Verlis unten. Ja, ja, die Felice habe ich mitgezählt. Und hier liegen drei. Beziehungsweise eins, zwei, drei, vier. Da unten ja auch noch vier. Die Felice, die Asiaten und der Bergmann von da ganz hinten sind das nicht sieben. Die habe ich als drei gezählt. Ah, okay, okay. Sieben insgesamt. Sieben insgesamt. Sieben insgesamt. Zähle ich jetzt an Leichen. Würde ich auch zählen. Warst du, hat sich bewegt. Ich hasse mein Leben. Also war das dein Explosive? Ja. Okay. Ach komm, Dinger. Verpiss dich doch. Schlampe. Und ja, lass auf jeden Fall einen Like davor. Mann! Mann! Was bist du? Gehst du auf Qualmfischenjagd oder was? Ja. Okay. Nice, Screech! Oh, oh, oh! Blöde Hure! Nice. Bauer noch weiß. Naja, vorausgesetzt wir zählen richtig. Waren wir hat der eine von euch gerade. Ja, ja. Ja, ja. Was? Ich bin's, Tim. Sorry, Werbung. Den raffe ich jetzt nicht. Sorry, Leute. Heute keinen Handshoderm. Kann ich denn? Warte, warum heute keinen Handshoderm, wenn die Folge eh gerade läuft? Sorry, Leute. Ja, du hast ihn wirklich verstanden. Sorry. Sorry, Leute. So, sorry. Okay. Dieser Witz entzieht sich meines Wissens, aber ich finde es trotzdem lustig. Meme. Ein Meme. Ein Meme. Ein Meme? Ein Meme? Was für ein Meme. Den kann ich gar nicht. So was hat sich da noch gibt. Gibt diese Meme's. Meme's. Ja, diese Meme's. Meme's. Ja, diese Meme's. Kannst du eh nicht mehr looten, aber. Ah ja. Ich hole ein Meme's. Ich hab'n der für Waffen gehabt. Ja, aber ganz Präzision und Double-Dual-Wielding. Double-Packs. Ja, so ne Scheiße hatte der. Der andere, der bei mir reinkam, hat aber auch Double-Packs. Ja, ich weiß. Hattest du Fanning? Jo. Dämonweiche! Das ist geweihtes Wasser! Was? Was? Wie kannst du schneller sein als ich? Laber nicht! Schneller als dein Schatten. Jeder ist schneller als dein Schatten! Jetzt geht's hier ab! Scheiße! Hilfe! Und genau deswegen verkacken wir die Runden! Loser! Hat deine Ma auch zu dir gesagt. Loser! Ach, grundsichtbare Wände sind solche Wichser! Ja, mein Gott, hier ist auch schon... Digga, in dem Gebäude, Mann! Du Stürm, Alter, ist giga-trashig, Alter! Du hast so viele Spots, wo du abwichsen kannst! Oh mein Gott, Jonas, die haben verhindert, dass du da draufkommst! Echt? Ja, Mann, guck mal! Da! Wartet, wartet, wartet! Ich komme, ich will lossehen! Komm, die haben da einfach eine Kante hin gemacht, die Wichser! Hop! Ich bin aber trotzdem drauf! Als ob, oder? Ja, moin, Digga! Jetzt, jetzt, jetzt! Wartet, wartet, wartet! Ich komme, ich komme, ich will sehen! Was ist das Problem? Hier draufzukommen! Naja, guck mal! Da draufkommen! So, früher konntest du von hier abspringen und da drauflanden, aber jetzt haben die DNA hier dazu gefügt! Aber wenn du es gut machst, und es ist gar nicht mal so schwer, schau es halt einfach trotzdem rüber! Ja, moin! Aber ihr guckt halt einfach gar nicht! Doch, ich hab's mir von der anderen Seite angeschaut! Ich versuche aber noch ein bisschen zu raffen! Wie willst du von der anderen Seite denn da hin? Keine Ahnung, guck, ich hab nicht gesagt, dass ich's von der anderen Seite probiere, ich sagte, ich hab's mir von der anderen Seite angeschaut! Ja, aber da kannst du's ja gar nicht anschauen, weil's, hä? Doch, klar! Ja, aber da ist ja gar kein... So was nennt man dreidimensionaler Raum! So was nennt man einfach Inkompetenz! Eine Frage, gehen wir gerade zu zwei verschiedenen Ausgängen? Ja! Okay, und zu welchem Ausgang soll ich gehen? Äh... Ich bin als erstes losgegangen, alter! Ich seh nur, ihr beide lauft in eine Richtung! Drückt Tab zum sicher gehen! Oh, Mann! Im Match in irgendeinem Team schimmelt noch beim Ausgang jetzt! Oh, wahrscheinlich! Kein Team mehr! Zwei Teams sind hier raus! Ja, ein Team könnte es noch geben! Rein theoretisch! Theoretisch, aber wie wir wüssten, sind Handspieler unberechenbar! Fuck! Ah! Du warst nicht mal 30 Damage! Ja, wenigstens treff ich, Bro! Ja, das ist scheiße! Ich bin Stuck! Wow! Jonas trifft mich immer, es sei denn ich bin Stuck, dann trifft er nicht mehr! Ja, weil ich eigentlich immer calculate, wo du hingehst, aber wenn du dich nicht bewegst, ist es schwerer zu treffen! Merk schon, du bist schwerer zu treffen, wenn du stehen bleibst! Okay, Leute, ich bin beim letzten Balken und ich habe kein Healing! Mir reicht's jetzt! Lelelelelelelelelelelelele! Das war alles, was ich noch hatte! Ich bin jetzt Waffenlos im Grunde! Jo und jetzt treffen wir noch auf ein anderes Team! Oder Hunde! Scheiße, das ist nicht dein Ernst, oder? Wie viele Dings hast du jetzt eigentlich verworfen? Alles. ok stopp 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 keine doppelshots naja ich will das meme nicht am leben halten kein schuss mehr ich will keinen balken kaufen du arschloch danke du warst aber auf einmal toto hattest nicht mal ein rotes bällchen weißt du ich mein nein 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 COMPOUND 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 Welcome to the COMPOUND COMPOUND Digger der struggle Bruh Bruh Bri Bruh Dig on And all you've Wanted Was just So much Amor This world Has taken I hold Don't let I get Your soul The silence You feel it Cold as a Winter storm This world Has taken I hold Don't let I get Your soul